Hallo, ich bin Carolin und arbeite im Supply Chain Management Bereich. Ich kümmere mich beispielsweise um die zentrale Koordination der Berichte und Reports in unserem Bereich und bin für das übergreifende Management unserer Warenbestände zuständig. Meinen Job macht besonders spannend, dass es immer neue Aufgaben und Projekte gibt, bei denen ich aktiv mitgestalten und Ideen einbringen kann. Das Ganze macht mir insbesondere deshalb Spaß, weil ich von tollen Kollegen und Vorgesetzten umgeben bin, die mich immer unterstützen. Reif ist für mich ein toller Arbeitgeber, unter anderem, weil eine moderne Unternehmenskultur gefördert wird. Wir haben kurze Entscheidungswege, wir duzen uns und wir haben flexible Arbeitszeiten. Mir persönlich ist die Weiterentwicklung besonders wichtig. Reif bietet mir super Gelegenheiten, wie z.B. durch individuelles Mentoring.